Ralf Noack, 35, arbeitet für eine Sicherheitsfirma. Schussverletzung. Haben Sie was von meinen Kollegen gehört? Schafft er es? Ihr Kollege wird noch operiert. Mehr können wir Ihnen im Moment nicht sagen. Seht man sonst auch nur im Fernsehen. Reinigen, eintüten und raus zur Polizei. Hallo! Was machst du denn schon hier? Ja, du, ich habe einen früheren Flieger bekommen. Jetzt hast du mir meine Überraschung verdorben. Ja, dein Mann ist zäh, der schafft das. Was ist denn immer passiert? Ich meine, die Polizei sagt, er wurde angeschossen. Eine Schießerei. Hier, in Leipzig. Was sind denn das für Menschen? Erst machst du Frau Dr. Globisch zur Chefärztin und nicht an Dr. Stein. Und jetzt willst du ihm auch noch die Betten wegnehmen. Na ja, wie fühlst du dich? Was willst du? Sehen, wie es dir geht? Du willst wissen, aber ich weiß, warum ich hier lege. Ich hatte euch eigentlich eingeladen, damit wir zusammen unseren Hochzeitstag feiern. Nicht, damit ihr euch in irgendeinem Klinikstreit verfahren. Das ist mein Spezialgebiet, das ihr da einkürzt. Das ist mein Spezialgebiet, das ihr da einkürzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017